Frau Werner fährt mit ihrem schnellen, grünen Auto zum Einkaufen. Für den Nachmittag möchte sie einen leckeren, saftigen Apfelkuchen mit roten... Und da ihre Enkelkinder zu besuchen kommen, um zum Supermarkt zu gelangen, muss sie die Stadt mit den vielen Ampeln durchbären. An diesem Nachmittag hat sie leider kein Glück. Der Verkehr stoppt und sie kommt nur mühsam voran. Als Frau Werner an einer roten Ampel... Fährt auf der rechten Seite eine S-Bahn hier vorbei. Sie winkt einem Mädchen mit grünem... Kuloba zu!